Heute hat die Roma gegen Ajax 1-1 gespielt. Im Hinspiel war es ja auch. Eigentlich noch ein spannendes Spiel. 2-1, war alles offen eigentlich. Klar, Rom hatte einen Vorteil, aber ein Tor, da wäre Ajax schon mit besser stehen. Dann hat Ajax den Auslöcher gemacht in der 49-Minute-Brobby-Überlage-Dich-Schurz. Der wechselt ja am Ende der Saison zu RB Leipzig. Ob der dann auch ein paar Tore schießen wird, auf jeden Fall hat dann Leipzig auch im Gegensatz noch mit Pausen einen richtigen Stürmer endlich. Ist auch Zeit, weil die brauchen echt einen torgefälligen Spieler, weil manchmal frage ich mich echt, wer da überhaupt die Tore macht. In der 72. Mart Deko, das 1-1. Damit kommt auch durch das Tor der Roma, das Tor von Deko, kommt die Roma weiter mit 3-2 insgesamt. Wären sie auch so weitergekommen wie aus der Zorung.